Michelle Hunziker, Fotos mit Ex-Tomaso sie vertraut im Urlaub. Sind sie wieder ein Paar oder nicht? Das wissen nur Michelle Hunziker, 45, und Tommaso Troussardi. 39, selbst. Obwohl die beiden offiziell bereits seit mehreren Monaten getrennt sind. Können sie anscheinend nicht ohne einander. Immer wieder werden sie seitdem zusammengesichtet. Nun genießen sie eine gemeinsame Auszeit. In den Bergen. Wie aktuelle Bilder beweisen, die unter anderem Blick zeigt, ist die gesamte Familie um die Moderatorin mit Freund, innen im Skiurlaub in Sankt Kassern. Südtirol. Mit dabei ist auch Tommaso, der auf den Paparazzi-Aufnahmen äußerst vertraut mit seiner Ex wirkt. Während die 45-Jährige im weißen Ski-Outfit und mit Helm und Skistöcken offenbar stark klar für die Piste ist. Wählt der Modeerbe ein weniger sportliches Outfit aus dunklem Trenchcoat, Sonnenbrille und Mütze. Vielleicht bleibt er der Piste fern, um auf die gemeinsamen Kinder Sole, 9, und Celeste, 7, aufzupassen. Den Hotelbildern nachzuurteilen, könnte man glatt meinen, Michelle und Tommaso geben ihrer Liebe noch eine weitere Chance. Die Moderatorin selbst hatte kürzlich noch versucht, über ihren Beziehungsstatus aufzuklären. Abendessen unter Ex-Partnern, hatte sie zu einem Foto in ihrer Instagram-Story geschrieben. Das sie Seite an Seite in einem Restaurant zeigte. Das Paar hatte sich Anfang des Jahres nach acht Jahren Ehe getrennt. Zwischendurch lenkte sich Michelle Hunziker mit dem Arzt Giovanni Angiolini. 41, ab. Doch die Romanze sollte nicht von Dauer sein. Tommaso hingegen beteuerte. Dass es keine neue Frau an seiner Seite gebe. Darf man also auf ein Liebes-Comeback hoffen? Alles ist möglich. In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren. Hatte sich Michelle Hunziker Ende Oktober gegenüber bunte Geheimnis vollgegeben. Verwendete Quellen, Blickch, bunte D.